mhm sag mal, wo ist denn die Maus? die Maus ist weg jetzt hier hä? sag mal hier guck mal, hier verschwindet die hier oben nicht, hier rechts verschwindet die auch aber an den angrenzenden Monitor geht sie nicht nach links gehts nicht und nach oben auch nicht äh, interessant ok mhm, danke für nichts und wir gehen mal hier rein wir sind hier Dänne gesucht wegen Mordes man könnte sich auch einfach vor den Tisch stellen aber nein, wir gehen auf den Tisch warum auch immer was geht so, komm hier, den Laden kaufen wir mal leer hier ding-di-ding-di-ding von links, nach links drücken wenn da eins steht, geht es übrigens nicht auf 200 oh, das dauert und dauert so, jetzt hier geht aus, als steht dir Ärger ins Haus ne, geht nicht, ich hab's grad noch mal probiert oh Gott ja, ansonst so, habt ihr euch noch was vor wie geht's euch denn so so man weiß nie, wann man es mal gebrauchen kann das ist richtig du hast ein Auge für gutes Handwerk Attentat, Widerstand das könnten wir mal holen, tatsächlich das können wir uns mal hier du siehst schon stärker aus ähm ja komm, hier halt du bringst die seltsamsten Dinge vorbei hast du schon alles gesehen? ich muss los bis bald so folgendes ähm wie viel kostet das eigentlich kann man so verbessern 290 total so fucking teuer, Alter kannst du das einmal machen und dann direkt schauen was machen wir denn mal? ok ähm hm ich hätte gesagt das hier, ne so das wollen wir mal so machen so, in der Reihe na komm, scheiß drauf so den hier können wir noch und den hier auch noch 50, 125 Trauger das ist doch auch ein Name eh äh ja was machen wir denn mal? das hier würde ich sagen so hier gibt's immer noch keine für Widerstand schwer haben wir ja noch, ne? ja ich würde sagen weil wir hier oben schon 2 drin haben dann haben wir das hier nicht komplett packen wir das hier rein dann haben wir erstmal ein bisschen was voll hier ok Kodex haben wir auch noch was jetzt nicht mehr so haben wir das auch das Update hat echt viele Sachen kaputt gemacht die vorher in Ordnung waren ist schon sehr viel Wahrheit dran so, ähm ach gut da ist die haben wir das hinter uns ein Trinkspiel ist ja noch das will ich gerne sofort machen aber dann 200 Silber kriegen wenn wir gewinnen, ja die ja die 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 NPD wäre da unterwegs hier So Hör mir ganz was sagen Ja, indem ich sagen kann Und wir haben es verpasst Schade aber auch, dann machen wir es doch nicht So Ähm Wir müssen noch mal in der Höhle runter, ne? Ich glaube, da waren wir eben stecken geblieben Dann habe ich wieder irgendwas anders gemacht Was ist das da eigentlich noch? Was ist das hier? Einen Spottstreit, den müssen wir gleich auch sofort noch machen Aber erstmal machen wir hier Gehen wir erstmal einsaufen Sicherlich Auf das Fass, das ist doch auf Das lohnt sich Ah, trinken wir Leerterste war das, ne? Ich rede mal nicht, weil ich mich sonst verdrücke So So, drei Stück brauchen wir Jetzt dürfen wir das Wanken auch anfangen Dann hätte ich fast verpasst Fuck Schlecht So, so sieht's aus So, wir haben aber 200 vorher schon weggegeben Deswegen haben wir nur 200 verdient Können wir uns irgendwie auskurieren eigentlich? Ähm Horn Ähm Entschuldigung Reittierrufen, Fähigkeit fehlt, oh ja Vielleicht hilft das ja Jetzt müssen wir aber Nacht haben, ne? Aber es bringt was Fürs nächste Mal wissen wir es jetzt Das machen wir nämlich nochmal Das ist nämlich wieder Tag So Na Ähm Spottstreit Stimmt Da wollten wir hin Die Kopfbedeckung vom Kopf Von einer fürchterlichen, monströsen Macht Deren Namen man im ganzen Lande fürchtet Fergal, der Gesichtslose Der gefürchtetste Spottstreiter Von ganz Granthabrückchir Oh Ein Spottstreiter Mehr nicht? Fergal, der Gesichtslose Hat schon andere Zweifler vor, die bezwungen Wirst du dich ihm stellen? Sicherlich Dann zeig mir diesen Gesichtslosen Was? Oh Gott Du bist überaus mutig Oder auch überaus leichtsinnig Komm, ich gebe dir den Schlüssel Dieser Schlüssel öffnet den Weg zur Fergal's Höhle Die du hier vor dir siehst Das Haus hier? Das ist kein Haus Das ist ein Hort der Albträume Eine Todesgrube, derer nur wenige unversehrt entstiegen sind Von Worten Unversehrt von Worten Geh, geh nur Möge Gott mit dir sein Beinsinn Hier So mal Okay Was ist denn das für eine komische Spiele? Die Texte war ja auch im Arsch Wer wagt es, den mächtigen Fergal, den Gesichtslosen herauszufordern? Eivor vom Rabenclan Eivor vom Rabenclan Meine nächste Mahlzeit Bist du bereit, dich wörtlich ausweiden zu lassen? Das überlebe ich schon Ich bin Fergal, gesichtslos Und ich bin klug und stark Aber du nämlich nicht Du bist nämlich hässlich und dumm Und voll der Feigling Und wahrscheinlich traust du dich nicht mal gegen mich anzutreten, oder? Hm? Ähm, hast du schon angefangen? Ja klar Ich meinte, du traust dich nicht mal gegen mich anzutreten, du Hm? Ich würde sagen, das hier Oder das hier Verdammt Sag mal, ist das dein Ernst? Alle rufen gleich Buh Aha, du denkst wohl, deine Reime sind besser als meine, hm? Dann hör besser zu Und weine Ha! Ich bin sehr klug Worte kenn ich genug Ich bin ein kleiner Bub Äh, der Sieg Gibt mir einen Schub Und du bist dumm Du hast keinen Mumm Deshalb bleibst du jetzt stumm Kawumm Ich würde sagen, das Das erste oder das zweite? Ja, der erste Denkst du wirklich, dein Labern bringt jemanden um? Ohohoho, das war ein großer Fehler Mach dich auf meinen tödlichen Endreim gefasst Jetzt geht ab Ich mach den besten Zankspot Und mein Wortgefecht ist gut Ich halte meine Zankrede Während ich dich ins Grab hebe Mit meiner Zankrede Ich bin tierestark Erschüttere dich bis aufs Mark Weil ich dich jetzt Hier Schlag Ähm Hör doch auf, deine Zunge zu schinden Ein Wort noch ist mehr, als ich mag Du Ich Äh Warte ganz kurz Ich Ich brauch einfach noch kurz Zeit Fergal, gesichtslos? Oder doch eher sprachlos? Nein Gleich hab ich's Mein Todeszangsschlag Er kommt Ich Fergal? Hallo? Mhm So sieht's aus So Haben wir das auch Okay Dann gehen wir nochmal in die Höhle Da wo die Malerei da war So Ähm Entschuldigung So Hier vorne 80 Meter Oh Alter Ist das geil Was Spähe für mich in die Ferne Sühnen Ich glaube man kann die ganze UI ausblenden Oh schade Die ganze GUI GUI Entschuldigung So Statt einfach runter zu gehen Nein Wir hängen uns nochmal hin So Hier können wir nicht rüber Ne Können wir das hier machen? Alter Also Ob man hier nicht rüber kann Äh Gott Überhaupt nicht nervig So Äh Hier vorne geht's noch mit Sicherheit raus Oder nicht Richtige Seite Ja Ähm Oh Gott das tut weh Ja Äh Da Alter wie geil das aussieht Och Schön 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 So Jetzt hier Guck mal Die sind noch da Drinnen waren wir ja gerade eben Da brauchen wir auch nicht mehr hin Ach das sind die Vögel Ich wundere mich schon Sind die hier durch Wegen dem kaputten Zaun Oder wie sehe ich das Lecker Was war das? Ich weiß es nicht so aus wie Pilze Aber Gelb können sie nicht sein Oder? Gibt's gelbe Pilze? Ich weiß es nicht Ganz ganz aber gerade was nachgucken Richtung Fluss Da ist voll weit weg Okay warte Überblicke das Land Freundin Da ist ein Schlüssel Ähm Ja Okay warte wir gehen mal hier vorne zu den beiden Dingern hin Hallo So jetzt Jetzt nehmen wir einen Schlüssel Kann man in ein Loch stecken Die Leute haben jetzt gerade im Kopf geschüttelt Ich weiß es auch nicht Die sollen die ganz vorsichtig reden Was siehst du da oben? Ach die Alter hat den Schlüssel Gleich nicht mehr Kann ich hier von oben vielleicht so F drücken einfach Schade Okay Pass auf Okay Nehm ich einen alten Schlüssel ab So nicht Ähm Die Fresse du Alter Das geht nicht Ähm Gar nichts drinne Find ich gut Oh 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 guck mal hier Ich geh mal weiter Meine armen Felder Mein Gott Warum hast du so viel Ungib Schweres Los alter Mann Diese Ratten Ich habe alles versucht Lauge vergossen Heuschrecken geerntet Kinder angeheuert Um sie zu fangen Ich brauche ein ganzes Heer von Wundern Die sind lästig Und haben deine Ernte zerstört Ach Die Götter können Ratten nichts anhaben Ha Ihr Heiden und eure Götter Ich will nur ein Feld ohne Ratten Um die guten Menschen im Schier zu ernähren Du brauchst ihre natürlichen Feinde Um sie im Zaum zu halten Meine armen Felder Mein Gott Warum hast du so viel Ungeziefer erschaffen Da sind wir doch richtig unterwegs hier Von da oder von da Richtung Fluss wäre hier Da ist richtig Ach guck mal Jemand hat diese gelbe Farbe bis zum Flussufer runtergeschleppt Hier wurde hastig ein Langschiff bemalt Dann segelten sie los Mit Verbündeten als Besatzung Oh ich kann mir vorstellen Ah ne da vorne sind die Schiffe schon Ok Ok Questlock Bestlock Ähm Nein Das war ein Doppelglück Ähm So Mit Leaf War auch ein Blatt Ha So Ähm Mega lustig Erstmal gehen wir da hin Und dann machen wir mal hier Den hier So Jetzt weiß ich wieder wo wir sind Hier waren wir schon mal Aber Entschuldigung Mache ich mal euch jemanden forschen Weil jetzt welches Entschuldigung Wenn ich was trinke Ah ist immer interessant So Folgendes Ok So Ja das haben wir schon mal gelootet hier Hier waren wir schon mal So Wo müssen wir dann hin Da in die Richtung Ok dann machen wir mal ganz kurz den hier würde ich sagen Plötze ist auf dem Weg Hier Eisenpuppeisen Eisenpuppeisen Warte mal Äh C war das Ne Ja Oh ich hasse alles Zwei Naja gut Ähm War wir da schon mal Weiß es nicht So da geht's hin Können wir auch mal selber lenken Nicht mal Straße folgen Ich glaube Es bahnt sich ein Husten bei mir an Ich weiß nicht warum So Das wollte ich nicht Wenn ich entdeckt werde Wird das unschön Gut zu wissen Dreh die Kamera Mensch Ich will gucken Meine Güte Ist das auch einer Nicht Er ist stumm. So... Wir haben dir die Rage erweitert. Der geht ja bis dahinten mittlerweile jetzt hin. Von Odins Blick, oder wie das auch immer hieß. Wenn man V hält. Wie sind die Schneek hier alles machen? So, ist das auch einer? Nein. Hm. Ähm. Kettenhandel haben wir schon. Ist wieder automatisch getriggert, wenn ich das mache, ne? Worf-Axt haben wir auf der Eins. Okay, pass auf. Oh, kommen die jetzt beide? Scheiße, jetzt geht das Ding kaputt. Ähm. Klauze. Klauze. So. Das ist eigentlich ein bisschen schneller, ma? Okay, was soll ich? Folgendes Okay So, wollen wir mal alle weg, die alleine stehen? Bin ich hier rüber? Nein Ah, großartig Ähm, ja Jetzt wäre wiederum der hier hilfreich Warte mal Die sind noch zu zweit Ja, toll Der ist alleine, guck mal Hauptsache, merkt keiner, ne? Ähm Der ist da drin, der stimmt, scheiße Wie wär's denn mit ihm hier? Piu Jetzt ist er hier Ne, der Typ sieht den, ne? Die decken sich gegenseitig, das ist natürlich nicht so gut Oh, er hat's gesehen, na, muss er nicht Fuck, der ging ja neben Der hat aber noch keinen alarmiert, das ist gut Aber er Bleibt er stehen Ich find's schön, wie der Pfeil wackelt übrigens, ganz nebenbei gesagt Wie sieht er das? Ist ja nix Nein, daneben Habe ich den erwischt, ja Jetzt hab ich keine Pfeile mehr Na, großartig Äh, das ist natürlich blöd Dann müssen wir mal ganz kurz wieder witzeln Ganz kurz hier den hier Kann der mal stehen bleiben, bitte? Ist er down? Was ist der denn? Hä? Achter, wenn der andere drunter steht Okay, ich versteh's schon Da gehen die runter Die haben gar nix gemerkt Hier, guck mal Jetzt ist er down Bleib mal stehen Oh, der wär grad zu gut gekommen Bleib mal da stehen Bleib mal stehen da Er sieht mich Er hat mich gesehen jetzt Ja Dann gehen wir mal in die Offensive Das wolle ich nicht Das wolle ich So Ich will mal ein paar Pfeile wieder haben Was ist hier? Hier ist gar nix Ah ja Ähm Okay, der hat mich schon gesehen Jetzt hab ich was anderes gedrückt So War's das jetzt? Oder Ganz kurz hier vielleicht mal Okay Hier gibt's doch mit Sicherheit Pfeile Guck mal hier So geil So Sehr gut Hallo Hallo Hör Dank organised Guck mal hin Guck mal her